. . . . . . Es geht, willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern mit Vladek, Vladek Scholz, ein Skater-Pro. Ein Kölner Skater-Pro, ganz wichtig, Weidenpage 187. 187. Wer weiß Bescheid. . 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 Das war so an meinem Kopf knapp gerade, Alter. . 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 So, womit fangen wir an? Wir fahren noch mal runter. Wir fahren noch mal da runter. Warum? Ich bin ja schon einmal da runter gefahren. Versuch mal einfach so und einfach mal die Schulter nach vorne ploppen. Genau. Ja, fast. Einfach im Set und dann. Molo, du Trimix. Ja, Mann. Ja, geil. Bro, ich habe gerade meinen kompletten Körper einmal verdreht. Hast du es gesehen? Woran liegt denn das, Digga? Dass ich hier runter komme, aber da nicht. Das sind 20, nicht mal 10 cm gefühlt. Ich muss noch mal hier machen, Digga. Ich komme sonst nicht rein. Es geht nicht runter, wie eine Blockade. Warte, wir brauchen einen Mindtrick. Wir brauchen einen Mindtrick. Warte, man könnte ja was mit der vorderen Rolle zerdrücken können müssen. Ich habe vielleicht eine Idee. Was, wenn du dir vorstellst, du müsstest mit der vorderen Rolle da irgendwas erstmal kaputt treten. Der Weif. Der Weif. Yeah. No front. Der Weif. Ich denke an Lukas und es klappt. Kommt in der Kopfsache, wirklich. Aber man schwitzt kaum, oder? Digga. Ja. Das ist so geisteskrieg anstrengend. Bro, ich bin tot. Du hast vergessen, die Weife zu töten. Was mit Olli? Hochspringen. Olli ist einfach hochspringen. Das ist poppen und dann hochziehen quasi. Ich kann jetzt hochfahren beide und runter. Das geht. Ich wollte halt hinten einen Tail Whip machen, weißt du? Scheiße. Also, das passiert immer, wenn du zu offen bist. Ja. So saulangsam. Hier haut es sich aber auch gut auf den Rücken, wenn du wegrutschst, ne? Nicht wegrutschen. Danke dir, Bro. Das ist nochmal eine andere Überwindungssache, ne? Scary, ne? Au, das tat geil weh. Das ist so richtig ick. Das Gaterschmerz hier am Knochen. Ja, ja. Ja. Also, was müssen wir machen? Ja, Turn. Das hast du auch noch nicht trainiert. Hoch und runter einfach. Safe. Safe, Bro, safe. Lass uns den Fakie machen. Der Fakie ist quasi einfach hoch und runter, ohne Drehung. Das ist doch auch nicht einfach. Dein Körper kennt das ja auch nie so. Überhaupt nicht, Digga. Fak. Ne, das war ja ein Trick. Das ist ja, wenn jetzt eine Frau kommt, weißt du, dann kannst du die einfach ansprechen. Ey, dass das so schwer ist, ne? Hätte ich nicht gedacht, Mann. Okay, ich versuche mal hier die Drehung zu machen. Ich bin ja auch so ein Breakdance, deshalb, weißt du. Das ist alles, ne? Das ist so ein Breakmove, weißt du? Das einzige, was ich dir empfehlen kann, ist die Schulter zuerst zu drehen. Ja. Und nicht die Füße. Okay. Siehste, wenn du runterfällst, deine Schultern bleiben da, aber die Füße sind schon weiter. Aber das ist so der Trick. Skate, aber anders, weißt du? Andere. Jeder hat ja seinen eigenen Stil, sag ich mal. Meiner ist halt einfach unästhetisch. Das ist so meins. Alter, ich schnaute. Das war gut. Das Board war auch irgendwie, das ist, weil es so warm ist, weil die Reifen werden ja auch durch das ganze Fahren, was ich mache, werden die Gummimäßig und kleben am Boden, weißt du? Hot Wheels, ja. Ne, ist cool. Würdest du sagen, ich bin Skatemäßigen Vollsp*****, oder geht's noch? Ich kann jetzt aber nicht nur anfangen zu skaten, ich bin in so vielen Sachen gut, ne? Der Käminkalender ist voll, weißt du? Jaaa! Ich hätte mich nur mitdrehen müssen mit der Schulter. Jaaa! Ich bin ja auch Surfprofi, dann darf man das halt nicht. Das ist halt für mich nur ungewöhnlich. Ey, der war eigentlich voll geil. Wenn ich jetzt noch stehen bleiben würde, ne? Wieso dreh ich die Schulter nicht mit? Ich weiß es nicht. Ey, was soll denn das? Liegt aber auch daran, dass ich auch Profi-Fußballer bin und meine Beine ja auch alleine für sich sind, weißt du, was ich mache? Dein halber Körper ist quasi beim Fußball, der Oberkörper ist wo? Surfen, Klettern, Fallschwimmspringen, Kampfschwimmen, zocken halt wegen den Armen, logisch und viel Gym natürlich, klar. Stell dir mal einfach da rum. Ja, perfekt. Dann nach vorne quasi, Drop. Wie der... Da hab ich nur Schulter gedreht. Körperklaus-Support des Jahres geht auf jeden Fall an mich. Weißt du, das sind halt so die Moves, die man dann halt drauf haben muss, verstehst du? Ich weiß es, ich ahne es schon. Willst du direkt hier? Ich glaube das Board ist auch schon kaputt, ich glaube ich brauche ein neues. Probier mit meinem, das ist älter. Das quietscht ja. Ja? Das ist kaputt. Stell dich mal so hin, mach den. Ich will den Move machen, den du gemacht hast. Und jetzt hoch. Ja, fast ein bisschen weiter auseinander, weißt du? Ja? Ja, ja. Es muss aussehen, als hättest du keine Ahnung, dabei weißt du genau, was du tust. Ja, safe, safe, safe. Versuch's nochmal, das ist schon gut, wir sind am guten Weg. Was ist passiert? Das ist Kacke. Oh Digga. Board in die A... Ja. Oh Junge, tut mir ne A... weh. Das will man manchmal nicht. Aber manchmal will man das. Gibt es Momente, wo du sagst, jetzt will ich mir das Board in die A... Das nennt man Credit Card, aber manchmal geht der in den Damm oder so. Also ich bin noch ehrlich so, ich bin noch mit meinen Fortschritten an sich jetzt echt zufrieden so. Ich bin wieder runtergefahren, weißt du? Das passt alter nicht. Ich würd sagen, wir callen uns hier nen Shot, Leute. Gibt's davor ein Foto vielleicht, wie mir das nen A... rum ist? Nee? Aber einen Moment danach vielleicht, oder? Ja, das ist klar. Okay, dann geht's hier nochmal, eventuell passen sie das Foto. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, mehr davon habt, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall gerne bei Vladik vorbei, der Ehremann ist natürlich in der Videobeschreibung sein Instagram. Die Zock-Session ist... Ganz schlimm, Alter. Normalerweise zahlt man in Berlin für solche Schmerzen. Zeigt auf jeden Fall den Videolink in der Videobeschreibung aus. Da haben wir zusammen Sony Pro Skater gezockt, eins und zwei. Das Spiel ist gerade draußen, dementsprechend auch diese ganze Geschichte hier. Und ich seh mich jetzt auf jeden Fall bei verschiedenen Red Bull Athleten, verschiedenen Extremsportarten ausprobieren. In dem Sinne, Leute. Peace out, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao. 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 Vielen Dank.